Da sind wir wieder zurück bei Extreme Activity, bei einem vorläufigen Höhepunkt, kann man vielleicht sagen. Unser Olli wird jetzt einen flotten Dreier mit diesen beiden reizenden Herren von der German and Global Wrestling Organization hinlegen. Er wird erklären. Begriffe, die er hier sieht, die er hoffentlich hier sieht und die er hoffentlich erklären kann. Grizzly hat sich übrigens extra für die Sendung Extreme auf den Oberarm, der so dick ist wie meine Taille, tätowieren lassen. Das finde ich ganz aufmerksam. Das ist mein Sohn, den wollte ich noch ein letztes Mal grüßen dann. Ja, Olli, ich wünsche dir alles Gute. Auf Wiedersehen. Ich habe dich wirklich immer sehr geschätzt. Danke. Und jetzt wird ein bisschen gestorben. Nein, nicht gestorben. Ich hoffe, dass wir dich in einem Stück wiedersehen in 90 Sekunden, denn so lange dauert das Spiel. Und ich sage jetzt Spiel ab. Wenn irgendwo Alarm ist, dann gibt es so... Panik. Ja, oder wenn jetzt im Stadion zum Beispiel Panik ausbricht, dann ist es eine sogenannte... Massenpanik. Aber, naja, noch mal das erste Wort. Die zweite, ähm... Die, hm, der Nation. Der, hm? Ach, das ist auch nicht... Die Masse, die Paar... Massen... Ähm... Der Nation? Der Sänger Klaus. Deutsche Sachen hat er gesungen. Klage der Nation. Ja, und das erste Wort... Paniklage. Das ist nämlich gerade ein größter... Notlage. Ja, die Notlage. Ja, okay, weiter. Weitergeben! Olli, komm! Ach da. Ja, ich habe, wenn ich die beiden sie jetzt größte... Bitte? Ich will mich an den beiden... Rächeln! Ja! Rache! Rache! Rache-Gelüste! Ja, ähnlich, ähnlich! Rache-Lust! Rache, äh... Rache ist Blutwurst! Blutrache! Rache! Ich bin gerade... Ich bin gerade ein bisschen abgelenkt. Tut mir leid. Liebe ist zum Beispiel ein Reibenschein. Rache-Gefühl! Rache-Gefühl! Richtig, richtig! Rache! Weiter! Machen Sie es klappen! Ich brauche jetzt ganz dringend etwas, was klügelt. Der Engel! Schutzengel! Den Schutzengel lassen nur noch gelten! Rache-Gefühl! Rache-Gefühl! Olli! Ist nicht viel, was wir denn hier 104 haben! Rache-Gefühl! Rache-Gefühl! Aber den Schutzengel, den lassen wir auf jeden Fall noch gelten, den hat man sich nun mehr als verdient.